Willkommen zurück zu Assembly Line. Ihr seht, wir haben eine ganze Menge Geld gemacht und zwar 2.371 Millionen. Das heißt, wir haben 2,371 Milliarden an Cash gemacht und wir sind jetzt dabei, das natürlich noch zu vergrößern. Als allererstes würde ich mir ein extrem teures Upgrade holen und zwar das letzte Upgrade, bei dem man dann weitere von den Startern bekommt. Dann können wir nämlich noch weiter Sachen verbessern und da haben wir es. Starter Limit um 10 erhöhen. 1000 M. Das wollen wir und da haben wir das Geld schon ausgegeben. Jetzt haben wir nur noch die Hälfte. Wir haben aber 10 Starter mehr und ich würde sagen, ja, wir holen uns jetzt einfach alles. Wir haben jetzt das ganze Geld und jetzt können wir uns eine ganze Menge Sachen hier holen. Zum Beispiel Cutter, da bekommt man dann statt, also beim Ofen bekommt man ja flüssige Sachen raus. Beim Cutter bekommen wir dann Zahnräder raus. Wire Drawer, da bekommt man dann eben Kabel raus. Crafter, das ist ein ganz wichtiges Modul. Das wird dazu verwendet, um sehr viele wertvolle Sachen herzustellen. Dann ein robotischer Arm. Komplett unnützlich, weil man immerhin noch die Roller hat. Jedenfalls kann das von Fließbändern Sachen runterholen und das auf eine andere Stelle verteilen. Ist jetzt ein bisschen, ich würde sagen, unnötig. Ja, also ich werde den überhaupt nicht verwenden oder so. Dann haben wir hier Left und Right Selector und hier unten auch noch Multi Selector. Die sammeln dann halt spezielle Sachen daraus. Wenn ihr alles auf ein Fließband haut und dann verschiedene Sachen habt, dann könnt ihr da Sachen aussuchen. Timed Roller, der kann sich nach einer bestimmten Zeit einfach umdrehen in die andere Richtung und lässt die Sachen dann in die andere Richtung rollen. Filtered Robotic Arm. Das ist dasselbe wie ein Roboter, ein robotischer Arm mit dem Selector drinnen. Der sammelt sich dann nur spezielle Sachen raus. Splitter, Left und Right Splitter. Das ist alles im Grunde dasselbe. Die interessiert es nicht, was sie für Sachen so haben. Die nehmen einfach die Sachen und teilen sie dann auf. Je nachdem eben nach rechts und links, nach vorne und links und nach rechts und links. Und hier gibt es noch einen Three Way Splitter. Der teilt das dann eben in alle drei Richtungen auf. So, dann haben wir hier noch Transporter Input und Transporter Output. Die werden später ganz nützlich, wenn man riesige Sachen baut. Damit kann man von einer Fabrik in die andere Fabrik eben Sachen rüberschicken. Ist aber natürlich auch super teuer. Ihr seht, 1000k ist einfach eine Million schon und die Stromkosten sind auch sehr, sehr hoch. So, dann haben wir hier noch andere Upgrades und ich würde sagen, wir holen uns einfach die, die unter 1000k wert sind. Also eine ganze Menge und da werde ich auch nicht weiter erklären. Das sind halt einerseits Stromkosten, andererseits ist es halt Zeit, die benötigt wird, um irgendwas zu machen. Also ihr seht, das ist wirklich alles. Im Grunde dasselbe nur für andere Maschinen. Also haben wir Cutter, Cutter, WireDrawer, WireDrawer, Crafter, Crafter und LeftSelector, RightSelector, MultiSelector, Nochmal WireDrawer, Furnace, Crafter, Cutter, WireDrawer, Furnace, Crafter und ja, jetzt habe ich mir schon ziemlich alles aufgekauft. Die beiden sind hier ganz interessant. Die maximale Anzahl an Ressourcen, die von einem Starter ausgegeben werden. Wir haben nämlich hier rechts diese 1 und die kann man erhöhen auf maximal 3. Und zwar einmal für 20 Millionen und einmal für 200 Millionen. Und jetzt können wir hier mal gucken. Ihr seht, jetzt kann man das auf 3 hochstellen. Dann werden einfach 3 gleichzeitig ausgegeben. Bringt aber nichts, weil hier natürlich die nicht so schnell nachkommen. Die brauchen ja auch genau eine Sekunde. Deshalb macht das dann wenig Sinn. So, jetzt haben wir hier noch Sachen. Und zwar Engine, Heater Plate, Cooler Plate, Light Bulb, Clock, Antenna, Grill, Toaster, Air Conditioner, Battery, eine Waschmaschine, Solarzellen, Kopfhörer, Prozessor, Bohrer, so einen ganzen Haufen Sachen, die man später brauchen kann. Auch wenn einige natürlich nicht unbedingt gebraucht werden. Power Supply ist auf jeden Fall wichtig. Wenn wir später zum Beispiel den AI Robot bauen, dann brauchen wir das auf jeden Fall. Speaker, Lautsprecher halt, Radio, Schlaghammer, warum auch immer. Unter diesen ganzen technischen Sachen plötzlich ein Hammer ist. Aber okay. Fernseher, Smartphone, Kühlschrank, Tablet, Mikrowelle. Und ja, Schienen wieder. Alles andere ist elektrisch und so. Und dann haben wir auf einmal die Schienen. Aber die sind an sich recht leicht herzustellen. Wir haben 10 Eisen und 10 Eisenplatten. Und wenn wir hier alles austauschen, statt Kupfer alles aus Eisen machen. Ja, ich sehe da schon was. Also wir könnten auf jeden Fall eine Schienenproduktion machen auf diesen 4, ja, 4 Fabriken. Wir bauen dann einfach alle um. Das kann auf jeden Fall was werden. Smartwatch, Server Rack, Computer, Generator, Wasser, Erhitzer, eine Drohne, ein elektrisches Board, Ofen, Laser, eine verbesserte, hier, ein verbesserter Motor. Und die Sachen kann ich mir dann gar nicht mehr kaufen. Das sind auch nicht mehr so viele Sachen. Also wir haben schon so ziemlich alles freigeschaltet. Hier haben wir noch einen elektrischen Generator, ein Supercomputer, ein elektrischer Motor, AI-Prozessor, AI-Robot-Body und Head. Und dann schließe ich den AI-Robot. Gut, dann haben wir hier so ziemlich alles freigeschaltet. Und, wow, jetzt haben wir wirklich schon die 2 Milliarden einfach ausgegeben. Und jetzt haben wir nur noch 345 Millionen. Ich will mal kurz gucken, wie viel die Schienen wert sind, damit ich gucken kann, wie viel Geld wir davon machen können. Wo sind die Schienen? Hier sind die Platten. Da ist der Hammer. Da. Schienen. Vom Wert her 8400. Okay. Ähm, ich werde das jetzt mal kurz ausrechnen, wie viel das vom Wert her ist. Und ich erkläre es euch einfach gleich. So, da sind wir im Taschenrechner. Und hier haben wir den Wert 8400. Und jetzt werden wir einfach die Kosten dafür abziehen. Also im Essentiellen die Kosten für das Eisen. Also 10 mal 80. Ein Eisen ist 80 wert. Und wir müssen 10 davon haben. Also haben wir nur noch 7600 angewinnen. Und dann nochmal 10 mal 250, weil wir 10 Eisenplatten herstellen wollen. Also haben wir dann nur noch 5100. Und das ist immer noch eine ganze, ganze Menge. Das heißt, wir werden eine ganze, ganze Menge an Geld dadurch bekommen, wenn wir diese Schienen herstellen. Und jetzt werde ich erstmal nach einem Weg gucken, wie wir auch vielleicht diese 3 gleichzeitig herstellen, beim Starter nutzen können. Dass wir nicht so viele Starter brauchen. Und ja, dann werde ich mich jetzt mal da ran machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe dann hier mal was entwickelt. Und zwar haben wir hier unten natürlich den Crafter mit den Schienen drin. Und hier links haben wir 2 Starter. Beide geben 3 Eisen pro Sekunde aus. Diese 3 Eisen hier vom unteren landen direkt im Crafter drin. Von oben geht das erstmal in 2 Splitter rein. Einmal hier nach rechts. Also der linke Splitter ist 1 nach rechts, 2 geradeaus. Und der rechte Splitter ist 1,1. Somit sollte jedes von denen 1 pro Sekunde erhalten. Und dann sollten wir etwa alle 3,3333333 Sekunden eine Schiene herstellen können. Also starten wir das Ganze mal. Und schauen wir, was draus wird. Und 1,2,3,1,2,3,1,2,3,3. Okay, irgendwas. Ja, okay, schauen wir mal. Moment. Es muss sich halt, glaube ich, noch ein bisschen warm laufen. Ich werde mal kurz das hier weg machen. So. Damit sich ein bisschen drin sammeln kann. Damit das kontinuierlich auch arbeiten kann. Da. Schiene. Okay. Ja, okay. Jetzt ist natürlich viel mehr drin. Jetzt macht es 1 pro Sekunde. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Das hier funktioniert. Und das heißt, wenn wir alle Fabriken demnach umbauen, dann werden wir eine ganze Menge Geld machen können. Und ich würde vielleicht erstmal mit einer starten. Also hier mit der ersten. Ich habe hier jetzt auch alle Felder freigeschaltet. Damit wir das hier machen können. Also würde ich sagen, ich baue das jetzt hier um. Und ich werde natürlich vorher alles abreißen. Die sind halt alle auf Kupfer eingestellt. Und das ist alles. Ein bisschen nervig, das wieder umzuändern. Deshalb werde ich das, glaube ich, alles von vorne bauen. Also, dann beginnt jetzt hier der Zeitraffer für die erste Fabrik. Und dann lassen wir das erstmal so in einem Testlauf laufen. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist dieses kleine Teil, also dieses hier. Ihr seht ja, wir haben hier pro Reihe einmal 3, 6 und 9 von den hydraulischen Pressen. Das heißt, wir würden pro Sekunde 9 Kupfer, 9 Eisenplatten herstellen. Das heißt, wir würden nicht ganz pro Sekunde eine Schiene herstellen. Dafür habe ich hier das hier noch gemacht. Da ist im Starter nur 2, dann im Splitter wird das einmal in 1 und 1 aufgeteilt und dann haben wir hier eine hydraulische Presse, die dann eben nach unten zeigt. Und das ist dann das Setup. So funktioniert das. Und vorher hatten wir 11 Kupfer pro Fabrik und jetzt werden wir mal schauen, wie viel hier gemacht werden kann. Und so langsam sollten die Crafter, ja, jetzt fangen sie an. Wir stellen jetzt schon Schienen her und es ist ein bisschen laggy. Das ist nicht so toll, aber okay, dann gehen wir ein bisschen weiter raus, sodass weniger Sachen gleichzeitig geladen werden müssen. Und jetzt läuft es eigentlich ganz flüssig. Dann schauen wir mal. Assembly Line Details. 41 K. Alleine. Diese Fabrik hier macht alleine so viel Geld, wie vorher alle 4 Fabriken zusammen. Das heißt, wenn wir es bei den anderen machen, können wir unseren Gewinn einfach vervierfachen. 4 Mal so viel. Das ist absolut, absolut unglaublich. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.